Ja, es war auch schon sehr spät und das Publikum war schon ein bisschen betrunken, da muss ich dazu sagen, ein bisschen einschränkt. Okay, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, dass Sie da waren, damit ist es noch heute alles Gute, viel Spaß noch, Dankeschön. Kennen Sie den Text von der Märkenscheide? Sinn des Märkers Freude, Sinn ein Heimatland. Sinn des Märkers Freude, Sinn sein Heimatland. Schrei, du rote Adler, hoch über zum Land, hoch über dunkle Kiefermelder, heil mir mein Brandenburger an. Hoch über dunkle Kiefermelder, heil mir mein Brandenburger an. Ja, ich danke Ihnen für die Klasse. Wir sehen uns demnächst in der Deutschlandparade. Okay, danke. So, vielen Dank Dietmar Woidke, Minister für ländliche Entwicklung, Umwelt- und Verbraucherschutz und Klassetyp. So, und jetzt möchte ich...